Die Vermieterin hat mich rausgeworfen. ...Mundschaftsgericht informiert. Man hat mir Dolly einfach ohne mein Einverständnis weggenommen. Dolly ist alles, was ich habe. Das Kindswohl war gefährdend. Unsere Arbeiter, Sie haben kein gesichertes Einkommen. Und Ihr Vater ist... Wie würden Sie denn selbst für Ihre Tochter entscheiden? ...Mundschaftsgericht informiert. Du darfst sie weiterhin besuchen. Aber... ...ja... ...als ihre Tante. Scheiße. Ja, weil dann braucht ihr ja Dolly nicht mehr. Ein Kind braucht man nicht. Wolfgang schon. Das ist die Tante Monika. Ich bin Ihre Mutter. Das werde ich nicht zulassen, Herr Kahn. Ich werde niemals die Hoffnung aufgeben, dass sie... ...dass sie mir zurückkommt. Ich bin keine unschuldige Niki. Ich habe eine uneheliche Tochter, die nicht bei mir leben darf. Freddy... ...ich möchte gerne einen Antrag auf das Sorgerecht stellen. Kannst du mir... ...du darfst mit Olly nicht weggenommen. Das musst du mir übersprechen. Bitte. Das kann ich nicht. Ich beantrage, dass sie mir das Sorgerecht meiner Tochter zurückging. Olly. Die Mutti ist jetzt da. Alles ist gut. Alles gut. Ja. Das kann ich nicht. Nein, Mutti. Norma?